dieser neuwältige honda civic ist hier zum verkauf angeboten die rote limousine hat vier türen und bietet fünf sitzplätze der kilometerstand des fahrzeugs liegt bei 3000 kilometern die erstanmeldung war ende 2014 die limousine bietet zahlreiche ausstattungsdetails wie bordcomputer alufelgen klimaanlage elektro fensterheber tempomat und noch vieles mehr unter der haube gibt der diesel eine leistung von 120 ps an ein schaltgetriebe ab für eine besichtigung oder probefahrt steht ihnen das fahrzeug jederzeit zur verfügung kontaktieren sie uns wir informieren sie gerne mehr sie